Ja, in der Zarte fühle ich mich nicht nur, weil es die Heimat ist, das ist natürlich schon so heimspielisch irgendwas Besonderes, da fühlt man sich natürlich wohl, aber auch die ganze Organisation, das Sport steht im Vordergrund und man merkt, wie die vielen Ehrenamtlichen einfach auch mit Herzblut dabei sind und einfach die Veranstaltung leben lassen und es ist eine ganz menschliche, eine ganz freundliche Atmosphäre, man fühlt sich als Springer einfach wohl und ja, es ist immer wieder schön, in der Zartenanstalt gehen zu können. Untertitelung. BR 2018